Die Welt dreht sich heute nicht schneller als früher. Trotzdem wird alles schneller. Denn die Welt wird immer vernetzter. Und man bekommt fast alles in Time geliefert. Mobilität bekommt eine solide Basis. Patienten bekommen ein neues Leben. Neue Ideen bekommen Platz. Und kleine Menschen bekommen große Augen. Aber wer liefert die Basis dafür, dass das alles möglich wird? Jung Heinrich liefert die Lösung. Unsere jahrzehntelange Erfahrung sorgt dafür, dass wir im Lager immer wieder neue Maßstäbe setzen. Mit maßgeschneiderten Lösungen. Perfekt angepasst an die Ziele und Gegebenheiten Ihres Unternehmens. Jung Heinrich liefert Ihnen Lösungen aus einer Hand. Zuverlässig und präzise. Von der Planung über die Projektierung, der Realisierung und Implementierung bis hin zur Übergabe der schlüsselfertigen Anlage. Aber auch nach erfolgreicher Fertigstellung sind wir weiter an Ihrer Seite. Von der Einarbeitung, laufender Wartung und Betreuung bis hin zu unserem 24-7 Service und Support. So sorgt Jung Heinrich für steigende Effizienz und Produktivität in der Intralogistik. Und für maximale Zufriedenheit bei unseren Kunden und deren Kunden. Von unserer Expertise profitieren kleine und mittelständische Betriebe, genauso wie global agierende Unternehmen. Vertrauen auch Sie auf Jung Heinrich. Wir liefern Lösungen. Jung Heinrich.